Ich bin auf der Expo Farm, weil hier wirklich für jeden Geschmack und auch für jeden Beruf, sei es PKA, PTA oder Apothekerin, ist für jeden was dabei. Am wichtigsten ist für mich zum einen Kontakte zu erhalten und immer mal neue innovative Produkte zu entdecken. Und man kriegt Input entweder von Firmen, Kollegen oder auch auf den Vorträgen. Und das alles ist gebündelt auf der Expo Farm, an vier Tagen an einem Ort. Das Besondere an der Expo Farm wäre für mich, neue Medikamente kennenzulernen, Produktion und Innovation der Medikamente. Ja, Zukunftsmöglichkeiten kennenzulernen, wo ich mich weiterentwickeln kann. Die Expo Farm hat für mich den Mehrwert, dass wirklich an einem Ort alle Aussteller sind, dass hier so viele Sachen auf kurzem Wege zu erreichen sind. Man hat viele Entscheider da, man kann fragenlos werden. Die Expo Farm hat eine Plattform, um alle zu treffen und zu einem guten Geschäft zu machen. Hier auf der Messe hat mich persönlich besonders interessiert die neuen Methoden der Automatisierung, nicht nur die Kommissionierung der Ware. Neue Präsentationstechniken und Verblisterung, sehr spannend, muss ich sagen. Ich selbst habe an einem Workshop teilgenommen zum Social-Media-Thema. Also ich habe mir zum Beispiel eine Boten-Software angeschaut, die fand ich schon länger interessant. Dann haben wir uns mit unserem Softwareanbieter über die Herausforderungen für das E-Rezept ausgetauscht. Ich hatte die Chance, hier auf der Expo Farm selber sogar meine Dinge, die ich im Alltag erlebe, in Vorträgen mit zu präsentieren, wo man auch gemerkt hat, dass sehr viel Interesse von anderen Apothekern kam. Die Messe würde ich allgemein an jeden Peter und PK weiterempfehlen, weil man hier sehr viel mitnehmen kann, von Seminaren bis zu Workshops. Die Expo Farm ist für mich ein Ort des Austausches, natürlich auch der Weiter- und Fortbildung und einfach auch der Kommunikation und der Inspiration. Die Expo Farm ist der Place to be, weil ich habe hier alles so konzentriert zusammen. Ich habe die Informationen, ich habe die Networks und ich habe vor allen Dingen immer auf der Expo Farm viel Spaß gehabt. Zweig!